Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe der Bosch Pro News Digital. Ja, ihr habt richtig gehört, wir haben einen neuen Namen und es gilt auch für die Printausgabe und das interaktive PDF. Aber der Name ist natürlich nicht die einzige Neuheit, die wir euch heute vorstellen dürfen. Das erwartet euch in dieser Folge. Guck mal, du dich mal ums Gerät und ich mich ums passende Zubehör. Genau, machen wir jetzt. Hier habe ich unsere Neuheit, die neuen Inspektionskameras. Gutes Werkzeug ist das Wichtigste auf jeder Baustelle. Eure Schrauber verdienen unsere leistungsstärksten Akkus. Beim Kauf eines 18V Akku Bohrschraubers oder Schlagbohrers aus unserem Aktionsangebot schenken wir euch einen Procore 18V Akku gratis dazu. Unsere Sets enthalten standardmäßig schon zwei Procore 18V Akkus und im Aktionszeitraum schenken wir euch den dritten Procore 18V Akku gratis dazu. Also wenn ihr euch sowieso schon überlegt habt, vielleicht einen GSR- oder GSB-Schrauber aus unserer 18V Reihe zu kaufen, dann ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt. Alle Aktionssets findet ihr bei teilnehmenden Händlern. Apropos Akku. Unsere Akku-Allianz Amshare wächst weiter. In der Septemberausgabe 2022 habe ich euch das Thema Amshare schon erklärt und seitdem sind viele weitere Partner dazugekommen. Zum Beispiel sind Steinl Aircraft und Cleancraft seit März 2023 mit dabei und im Juli sind Almi und Planum dazugekommen. Insgesamt haben wir aktuell 31 Partner in der Amshare-Allianz. Doch die Allianz wächst natürlich weiter und wir haben für 2024 noch viele weitere Produkte und Partnerschaften geplant. Amshare ist das System auf das du dich verlassen kannst. Viele Marken, viele Maschinen, ein Akkusystem. Wir haben unser Kapungärungssägensortiment erweitert. Florian, unser Experte für Kapungärungssägen, wird euch nun persönlich durch das Sortiment führen. Florian ist Produktmanager und kennt deshalb alle Details und Funktionen unserer GCMs. Lasst euch von ihm erklären, wie unsere Kapungärungssägen euch euer Projekt erleichtern können. Hallo zusammen, ich bin Florian, Produktexperte für Kapungärungssägen und seit 17 Jahren in der Branche. Ich gebe euch zunächst heute einen Überblick über unser Sortiment an Sägen. Dann steige ich ein auf alle Details zu den neuen Sägen und im Abschluss zeige ich euch noch passende Systemzubehörbe. Nun ein paar Infos zu unserem Sortiment. Wir bieten euch aktuell eine Akkulinie mit 4 Bit Turbo Sägen an über alle gängigen Sägeblattdurchmesser. Beginnend mit unserem mobilen Segment 216. Hier habt ihr die Auswahl zwischen zwei Sägen inklusive der GCM 18 Fahrt 216 DC. Diese bietet euch eine hochwertige Ausstattung inklusive User Interface. Im 2016 Bereich habt ihr Schnitttiefen bis zu 70 Millimeter. Dann geht es weiter mit unserer 254. Die bietet euch bis zu 90 Millimeter Schnitttiefe und im Abschluss dann unsere große 305er mit Gleitarm bis zu 120 Millimeter Schnitttiefe und User Interface für wirklich eine sehr flexible Anwendung. Nicht alle Elektrowerkzeuge werden als Akkuprodukte nachgefragt. Hierzu zählen auch unsere GCMs. Und daher bieten wir euch ein sehr breites Sortiment an netzgebundenen Sägen über alle drei wesentlichen Sägeblattdurchmesser hinweg. Und nun vervollständigen wir dieses Sortiment mit zwei neuen Sägen und die hole ich jetzt. Schnell aufgebaut und nachhaltig verpackt, das sind unsere beiden neuen, die GCM 305 216D und die GCM 305 254D. Zunächst noch ein kurzer Hinweis. Von den Ausstattungsmerkmalen her sind die beiden identisch zu den bereits im Mai eingeführten Akkup-Sägen. Die 216er ist mit einem 1200 Watt Motor angetrieben. Die kann in der Tiefe 66 Millimeter und in der Breite 305 Millimeter, eignet sich dadurch hervorragend für den Innenausbauer und ist prinzipiell auch eine gute Einstiegssäge. Die 254er ist mit 1500 Watt angetrieben, liefert bis 90 Millimeter Schnitttiefe und 305 Millimeter in der Breite und eignet sich dafür zum Beispiel auch für Kanthölzer bis 8 Zentimeter Schnitttiefe und etwas größere Aufgaben. Ihr kennt das Problem sicherlich aus der Praxis, ihr habt lange Materialien wie ein Kantholz und wollt dies vernünftig kontrolliert sägen, dann fällt immer die zugehörige Auflage. Da haben wir nun die Lösung, wir bieten euch mit jeder Säge zwei Workstückauflagen, die können frei positioniert werden, um dann lange Materialien vernünftig aufzulegen. Ihr habt dadurch die maximale Kontrollewerte im Schnitt und könnt so sicher und präzise arbeiten. Die Materialauflagen lassen sich sehr flexibel einsetzen. Ich kann die zum Beispiel auch hier in der vorderen Position einsetzen, sodass ich auch breite Materialien sehr gut unterstützen kann, um sozusagen das Abkippen nach vorne zu verhindern. Auch sehr hilfreich, was die Auflage Länge angeht, sind unsere integrierten Tischverbreiterungen mit einer sehr langen Auszugslänge. Dadurch könnt ihr den Tisch um ca. das 2,5-fache verbreitern. Dadurch bietet euch die Säge maximale Kontrolle und Sicherheit beim Sägen langer und breiter Materialien. Um die Säge zu transportieren, bringen wir sie zunächst in den Transportmodus. Dafür arretieren wir den Sägekopf und die Zugfunktion. Wir wickeln das Kabel auf und bringen die beiden Werkstückauflagen in Transportposition. Nun gibt es verschiedene Tragemöglichkeiten. Einmal der Einhandtransport, dann vorne und hinten und auch an den Seiten. Also ihr seht, mehrere Möglichkeiten. Die Säge bieten euch eine effiziente Staubabsaugung. Der mitgelieferte Staubbeutel ist per Click & Clean fest verbunden, kann dadurch auch einfach abgenommen und entleert werden. Wir kommen nun zu einer Reihe an Features, die ihr sowohl links als auch rechts habt, für maximale Flexibilität in der Anwendung. Dazu zählen die Ablänganschläge an unseren integrierten Tischverbreitungen für Wiederholschnitte für bis zu 45 cm Länge. Dann haben wir hier einen vertikalen Handgriff, der sowohl mit rechts als auch mit links bedienbar ist. Die Anordnung des Handgriffs und des Motors ermöglicht euch auch eine gute Sichtbarkeit auf die rechte Seite des Sägeblatts. Jetzt kommen wir noch zu einem weiteren Highlight der Säge und zwar zur Sägeblattneigung am Sägekopf. Wir können sowohl nach links als auch nach rechts neigen. Und damit bieten wir euch die maximale Flexibilität, zum Beispiel bei sehr langen Materialien, die ihr dann nicht aufwändig drehen müsst. Oder auch bei beschichteten Materialien wie zum Beispiel einer Sockelleiste, die in der horizontalen Position gesägt wird und ihr so dann die perfekten Schnittergebnisse erzielen könnt. Bevor ich auf die Systemzubehöre eingehe, nochmal die Highlights in der Zusammenfassung. Wir haben die kleine mit 66 mm Schnitttiefe, die große mit 90 mm. Die Säge kommen mit zwei Werkstückauflagen zur Kontrolle von langen Werkstücken. Und dann die integrierte Staubabsaugung mit dem Staubbeutel, die Mobilität, ein Handtragen und dann die Rechts-Links-Feature inklusive den Auszügen, die Ablänganschläge, der Handgriff und die Neigung nach links und nach rechts bis 47 Grad. Damit habt ihr die maximalen Anwendungsmöglichkeiten mit unseren neuen Sägen. Das hier ist unser Rounder für möglichst vielseitige Anwendungen. Unsere Sägeblätter im Zubehör bieten euch die Möglichkeit, das richtige Blatt für die richtige Anwendung zu wählen. Wir unterscheiden grundsätzlich zwischen der Standard-Fahrlinie und der Expert-Fahrlinie. In der Standard-Fahrlinie findet ihr Blätter für die Holzbearbeitung in verschiedenen Sägeblattausführungen von den Zähnen her. Ich habe hier zum Beispiel einen 60-Zahn, ihr findet aber auch einen 24-Zahn oder einen 40-Zahn. Plus es gibt ein Multimaterial-Sägeblatt, was wir zum Beispiel für Kunststoffkanäle einsetzen können. In der Expert-Fahrlinie gibt es natürlich auch die Sägeblätter für Holzbearbeitung. Wir können aber dann mit einer geeigneten Säge, wie zum Beispiel der 18V DC, auch Aluminium-Profile sägen. Ebenfalls ein Multimaterial-Sägeblatt und noch ein Spezialblatt für Laminat-Werkstoffe. Damit bieten wir euch eine außergewöhnlich große Auswahl an Sägeblätter im Zubehör. Wir haben verschiedene Arbeitstische im Angebot in verschiedenen Längen mit und ohne Mobilitätsfeatures, wie zum Beispiel das Fahrwerk. Ja, und jetzt bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und übergebe an den Michael und an die Lina im Einsatz. Hallo zu Bosch im Einsatz, hier aus dem Branchenzentrum für Fassade und Ausbau in Baden-Württemberg. Wir sind hier gerade in Leonberg und dann gibt es noch den Hauptstandort in Rutesheim. Dort wird Sandro auf euch warten mit jeder Menge Messtechnik. Wir werden hier heute auch noch neue Geräte ausprobieren. Dazu aber gleich, wenn Michael dann da ist, aber vorher stelle ich euch den Standort nochmal genauer vor. Das Branchenzentrum umfasst ein Ausbildungs- und Schulungszentrum sowie den Fachverband der Stuckateure für Ausbau und Fassade in Baden-Württemberg. Seit 2009 ist das Branchenzentrum ein Ort, an dem Wissenschaft und Praxis sich treffen. Hier dreht sich alles um Putz, Trockenbau, Wärmedämmung, Fassaden, Technologiebeschleunigung und Bildung. Genau der richtige Ort, um unseren neuen Beton-Nagler GNB18V-38 einzumeilen. Ja, du hast gerade meine Gedanken gelesen, dann kümmerst du dich mal ums Gerät und ich mich ums passende Zubehör. Genau, machen wir jetzt. Mit dem GNB18V-38 und den dazu passenden Nägeln bieten wir erstmalig eine komplette Systemlösung im Bereich Direktbefestigung an. Der Beton-Nagler ermöglicht es dem Trockenbohr, seine Unterkonstruktion aus Metall direkt auf Stahl- oder Betonuntergrund zu befestigen. Und das alles in einem Arbeitsgang. Dadurch habe ich wesentlich weniger Staubbelastung und eine sehr hohe Zeitersparnis im Vergleich zu einer Dübelbefestigung. Der Beton-Nagler arbeitet zudem ohne Gaskartusche. Dadurch haben wir einen wesentlich geringeren Aufwand und geringere Kosten insgesamt. Für den GNB und die dazugehörigen Nägel haben wir eine ETA-Zertifizierung. Und zwar für Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen. Für effizientes Arbeiten bei möglichst geringem Gewicht benutze ich den 4Ah Proko-Akku. Damit setzt der GNB18V-38 über 500 Nägel mit einer Akkuladung. Der GNB18V-38 ist sehr einfach zu bedienen. Ich habe hier hinten die Einstellung, da drücke ich drauf und dann ist er an. Dann muss ich sehen, dass ich den Lotrecht ansetze, andrücke, hier hinten aufsetze und dann kann ich auslösen. Bei jedem weiteren Auslösen muss ich erstmal abheben, neu positionieren und dann wieder ansetzen und auslösen. Falls ich jetzt irgendwo einen Fehler gemacht habe, zeigt er mir das hinten an und ich kann entsprechend reagieren. Die Eindringtiefe lässt sich hier oben sehr einfach justieren. Weiterhin fasst das Magazin bis zu 22 Nägel. Das Einsetzen der Nägel. Ich ziehe den Schieber zurück, kann die Streifen A10 Nägel hier sauber einsetzen und wieder fixieren. Wir haben auch eine Sperre da drin, sobald nur noch zwei Nägel drin sind, löst er nicht mehr aus. Sollte er doch mal einen Nagel klemmen, kann ich hier den Akku rausnehmen, den Nägel entfernen, über den Hebel das Magazin entfernen, hier vorne Hülse entnehmen, eventuell reinigen, wieder einsetzen und das alles ohne Werkzeug und unheimlich schleue. Und schon ist er wieder einsatzfähig. Ich habe euch jetzt viel erzählt. Ich suche mir jetzt eine Anwendung, wo ich ein paar Nägel setzen kann und über die Nägel erzählt euch die Elina jetzt was. Es gibt drei verschiedene Nagelarten mit zwei verschiedenen Farben. Schwarz steht hierbei für Stahl. Da gibt es natürlich auch verschiedene Längen von Nägel. Dann haben wir die blauen, die stehen eigentlich immer für den Gebrauch mit Beton. Hier muss man aber unterscheiden. Es gibt die glatten, auch die gibt es in verschiedenen Längen. Und dann gibt es noch die geriffelten. Die sind dafür gedacht, wenn man zum Beispiel mal kurzfristig eine Holzleiste auf Beton befestigen möchte. Da kann man dann die wunderbar benutzen. Achtet bei der Nutzung des Gerätes darauf, dass der Nagel immer senkrecht zum Material steht, also wirklich gerade gesetzt wird. Und es gibt natürlich diverse Nagellängen. Also auch immer darauf achten, wo arbeitet man und wie tief ist das Material und dann eben auch die entsprechende Nagellänge dazu aussuchen. Kleiner Tipp von mir, wenn ihr euch bereits 15 Boxen a 1000 Nägel, also 15.000 Nägel gekauft habt, dann habt ihr die Möglichkeit, über die Bosch Pro Deals euer Gerät warten zu lassen. Das empfehle ich euch auch schwerstens, um die Lebensdauer des Gerätes zu gewährleisten. Alle weiteren Infos dazu findet ihr im Videotext in der Infobox. So, das war eine ideale Anwendung für den GNB. Den Rest macht der Trockenbauer. Weiter geht's mit Lena, die zeigt euch was Neues aus dem Zubehör. Es gibt Neuigkeiten im Zubehörsegment, denn beispielsweise Winkelschleifer werden immer stärker und auch das Zubehör muss sich natürlich dementsprechend anpassen. Diese Expert Multimaterial Turbo Diamantrennscheibe hat beispielsweise eine zweifach höhere Lebensdauer wie die von Bosch Eco für Universal Turbo Diamantrennscheibe. Es gibt sie in drei verschiedenen Größen. Ich habe natürlich gleich mal die größte ausgesucht und möchte euch diese auch gleich vorführen. Sie hat einen Turboschnittrand, eine sehr hohe Schnittgeschwindigkeit bei geringem Widerstand. Das heißt, man kann damit sehr, sehr sauber arbeiten. Also für alle, die in Sichtbereichen arbeiten, wie zum Beispiel Dachziegel, Gartenplatten, Mauerwerke, also alles, wo die Augen wirklich lange drauf gerichtet sind, die werden sich freuen, wie fein man ab sofort damit arbeiten kann. Und genau das möchte ich euch jetzt natürlich auch mal zeigen. Neuem Sortiment ist zudem der GbH 18V-22. Das ist der Nachfolger vom GbH 18V-21. Er ist wesentlich kompakter und sicherer als sein Vorgänger. Wir haben hier unsere Vibration Control. Das heißt, wir haben hier eine Vibrationsdämpfung, die den Schlag sozusagen neutralisiert, dass wir hier keine Vibration mehr ins Handgelenk bekommen. Weiterhin haben wir den Kickback Control Sensor auch hier eingebaut. Das heißt, sobald wir arbeiten und ein Verkanten kommt, schaltet die Maschine ab. Ich zeige es euch mal, so dass wir, sobald der verdreht, in der Hand abschaltet. Großer Vorteil in der Anwendung, gerade dann, wenn ich über Kopf arbeite oder einen langen Arm machen muss. Für staubfreies Arbeiten haben wir die Möglichkeit, die GbH 18V-12 hier sehr schnell und einfach aufzuklipsen. Die hat den Vorteil, dass ich jetzt hier Bohrungen bedienen kann bis 12 mm Durchmesser bei einer Arbeitslänge von 100 mm. Ein Handgriff und das Teil sitzt. Jetzt habe ich hier die Möglichkeit, die Tiefe einzustellen für meine Bohrungen. Das heißt, ich habe jetzt hier einen Hub, den ich begrenzen kann. So dass wir, wenn wir jetzt einen 10er Bohrer haben, einen Dübel setzen, der ist 6 cm lang, kann ich das dementsprechend auf 6, 6,5 cm einstellen. Ich habe immer die richtige Bohrer-Tünfe. Weiterhin ist es so, dass wir hier eine LED haben. Diese LED leuchtet den Arbeitsbereich ideal aus. Deswegen ist das Ganze auch seitlich angebracht, dass ich auch von mir aus eine super Sicht auf mein Bohrloch habe. Ihr hört, es ist ein Nachlauf von einigen Sekunden, so dass das Bohrmehl, was eben noch im Bohrbereich hier abgeführt wird, auch sauber in den Heberfilter eingesetzt wird. Wenn ihr jetzt einige Löcher gebohrt habt, könnt ihr hier an der durchsichtigen Staubbox erkennen, wie voll die ist. Und wenn die jetzt voll ist, dass sie nicht mehr richtig saugt, dann kann ich die abnehmen, entleeren und sehr schnell auch wieder einsetzen. Das geht alles ohne zusätzliches Werkzeug, so dass ich hier sehr flexibel und schnell reagieren kann. Insgesamt haben wir jetzt hier einen Hammer, der mit Absaugung staubarm arbeiten kann, der sehr leicht und kompakt ist. Ob ich den waagerecht einsetze oder über Kopf, ist es eine ideale Möglichkeit, um meine Dübel zu setzen. Wir haben aber weiterhin auch die Möglichkeit, andere Varianten einzusetzen. Das heißt, ohne die Box, mit längeren Bohrern, um zum Beispiel Wärmedämmplatten an die Fassade zu bringen, haben wir lange Bohrer, 300 oder 400 Millimeter auch im Programm. Das werden wir euch gleich auch zeigen. Bei der GDE 18 V-12 haben wir noch eine weitere Anwendung. Wir haben aktuell diese Bohrer immer gezeigt. Es gibt aber auch noch kürzere Bohrer. Und die kann ich jetzt entsprechend auch mit der GDE ideal einsetzen. Das zeige ich euch, wie das geht. Wir stecken den hier rein und haben hier die Möglichkeit, uns auf die Bohrerlänge zu optimieren. Das heißt, auch hier kann ich die Tiefe entsprechend einstellen, so dass ich ideal in kurzen, engen Bereichen auch meine Absaugung realisieren kann. Bis zum nächsten Mal. 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 Na, hast du Spaß gehabt? Ja, auf jeden Fall. Ein leichtes Lächeln hat er im Gesicht. Sehr gut! Ja, ich will auch arbeiten. Schau mal, wir haben schon viel eingesammelt hier. Er legt extrem gut in der Hand und mit dem 4 Amperestunden Akku hat er trotzdem richtig Bums, also mir macht ja Spaß. Ja, glaub ich dir. Wollen wir mal reingehen auf die Baustelle und denen helfen, damit die mal fertig werden? Machen wir auf jeden Fall. Na dann auf. Ach ja, übrigens, für euch geht's jetzt zu Kürra ins Studio. Tschüss. Hey zusammen. Viele von euch kennen vermutlich unsere Biturbo-Werkzeuge schon. Kabelgebundene Leistung mit nur einem 18 Volt Akku. Aber so eine Innovation wie Biturbo in Wort zu fassen, das ist gar nicht so einfach und deshalb haben wir Profis europaweit unsere Biturbo-Werkzeuge zum Testen gegeben und um ihre ehrliche Meinung gebeten. Und das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam einem Video an. Mit dem neuen 18 Volt Akku erreicht ihr dieselbe Kraft wie mit einem kabelgebundenen Gerät. Das ist SDS Max, da wird nichts empfindlich gearbeitet. Es ist wirklich ein absolutes Gedicht, mit welcher Leistung wir die Akkommaschine aufbauen. Vielen Dank an die Handwerker für ihren Einblick in den Arbeitsalltag. Wenn euch das jetzt noch mehr interessiert und ihr die Videos in voller Länge sehen wollt, dann klickt gerne mal rein. Ich setze euch den Link zu den Videos in die Videobeschreibung oder ihr klickt einfach hier oben. Und wenn ich schon dabei bin, mich zu bedanken, dann möchte ich mich auch bei euch bedanken. Denn über 900 von euch haben an unserer Umfrage zu den ProNews teilgenommen und 90 Prozent geben uns eine Schulnote von einer 1 bis 2 und ich würde sagen, das ist schon ganz schön ordentlich. Aber wir haben auch daraus gelernt und deswegen werden wir euch in Zukunft unsere Produktneuheiten, Aktionen und das Professional 18 Volt System ein bisschen ausführlicher zeigen, noch mal mehr auf Details eingehen und wir haben gelernt, dass ihr euch wünscht, dass die Videos ein bisschen länger gehen und das werden wir jetzt auch direkt umsetzen. Und weil wir uns nur mit eurem Feedback immer weiter verbessern können, dürft ihr auch gerne unter diesem Video Kommentare mit Feedback, Anregungen und Ideen hinterlassen. Den Kanal natürlich nicht vergessen zu abonnieren und über ein Like freuen wir uns auch immer. Gutes Werkzeug ist das Wichtigste auf jeder Baustelle. Ich denke, da sind wir uns einig. Aber was passiert eigentlich, wenn mal ein Werkzeug kaputt geht oder auch gestohlen wird? Darauf habe ich jetzt die Antwort. Unser neuer Pro Service. Eigentlich ist es besser gesagt drei Antworten in einem. Denn der Pro Service besteht aus dem Pro Service Go, Compact und Comfort und damit seid ihr für jede Anforderung richtig ausgerüstet und immer abgesichert. Wir starten mit dem Pro Service Go. Der Pro Service Go gilt immer für ein ganzes Kit, das heißt für ein Werkzeug, zwei Akkus und ein Ladegerät. Er gilt immer fünf Jahre und ihr bekommt 30% Rabatt auf Reparaturen in unserem Bosch Reparatur Center mit Original-Ersatzteilen. Ganz einfach, ihr kauft diese Karte für euer Gerät, registriert den Service und Go ist erledigt. Den Pro Service Compact könnt ihr wählen entweder für ein Werkzeug oder für ein Starter Set, also zwei Akkus und ein Ladegerät oder ihr wählt einfach beides. Für den Pro Service Compact für Starter Sets könnt ihr wählen zwischen zwei und vier Jahren Laufzeit und den Pro Service Compact für Werkzeuge gibt es für drei Jahre. Ihr bekommt alle Verschleißreparaturen innerhalb der gewählten Laufzeit kostenlos und wenn das Gerät gestohlen wird oder das Starter Set, dann bekommt ihr Rabatt auf ein Neugerät. Wenn es noch ein bisschen mehr Komfort sein darf, dann wählt ihr den Pro Service Comfort. Hier habt ihr alle Leistungen wie auch beim Compact Service, nur dass ihr für die Dauer einer Reparatur noch ein Leihgerät bekommt, wenn ihr das dann benötigt. Für den Pro Service Compact und Comfort braucht ihr, je nachdem welches Gerät ihr kauft, eine unterschiedliche Werkzeugkategorie und um diese rauszufinden, haben wir einen Online-Kategoriefinder für euch auf unserer Website. Da gebt ihr einfach die Produktnummer des Geräts ein und schon findet ihr die richtige Kategorie für euren Service heraus. Wenn ihr also entschieden habt, welche Serviceleistungen für euer neues Werkzeug die richtigen sind, dann kauft ihr eine dieser Karten und dann müsst ihr nur noch den Service Code, der in der Karte ist, in Pro360 registrieren und das zeige ich euch jetzt. Pro360 ist unsere App zur Service und Inventarverwaltung. Ihr könnt sie euch entweder auf euer Handy runterladen oder ihr geht auf Pro360.com und loggt euch da ein. Jetzt zeige ich euch einmal, wie einfach ihr einen Pro Service registrieren könnt. Dazu registriere ich zunächst mal mein neu gekauftes Gerät, hier der neue GBH und das Ganze mache ich jetzt über den Typenschild scan, indem ich auf der App auf Gerät anlegen klicke, dann das Typenschild abscanne. So werden alle Gerätedaten direkt erfasst und ich kann einfach nur noch auf Speichern klicken, muss gar nichts mehr eintippen und schon ist das Gerät angelegt. Da ich den Service nur vier Wochen nach Kauf des Geräts registrieren kann, muss ich im nächsten Schritt das Kaufdatum angeben und schon habe ich die drei Jahre Garantie kostenlos registriert. Die ist also von dem ProService überhaupt nicht betroffen, die bekommt ihr weiterhin. Jetzt habe ich hier meine ProService Karte und deswegen registriere ich das jetzt hier über mein Smartphone ganz simpel mit dem Code, der hier auch noch mal als QR-Code abgedruckt ist. Das heißt, ich kann hier auch wieder einfach abscannen und schon ist der Code hinterlegt. Damit sind wir eigentlich auch schon fertig in der Registrierung und jetzt kommt es noch besser. Ihr könnt nämlich auch Reparaturen oder einen Diebstahl oder auch ein Leihgerät über die App abwickeln. Das heißt, ihr könnt alles ganz simpel und schnell digital vornehmen. Ich zeige euch einmal, wie das funktioniert, wenn ihr jetzt beispielsweise eine Reparatur beauftragen wollt. Und zwar geht ihr einmal auf die Gerätedetailseite von dem Werkzeug, das ihr gerade angelegt habt, ladet die Rechnung dazu hoch und schon könnt ihr Serviceleistungen auswählen, wie zum Beispiel die Reparatur. Das machen wir jetzt einmal und ihr seht, hier ist alles schon vorausgefüllt. Das heißt, ihr müsst eure kompletten Kontaktdaten nicht nochmal neu eingeben, sondern über die Pro360 App wird alles bereits vorausgefüllt. Ihr gebt noch an, was nicht funktioniert an dem Gerät und schon ist die Reparatur beauftragt. Und das Tollste ist, am Ende seht ihr dann auch den Fortschritt eurer Reparatur. Das heißt, ob das Gerät gerade in Reparatur ist oder vielleicht schon wieder auf dem Weg zurück zu euch. ProService bedeutet also, ihr könnt nicht nur zu eurem Werkzeug jedes Mal die richtige Serviceleistung neu auswählen, sondern ihr könnt ganz einfach und simpel in Pro360 alles digital abwickeln und seid damit ganz schön schnell, auch wenn mal ein Werkzeug kaputt gehen sollte. Wenn ihr euch das jetzt alles nochmal in Ruhe durchlesen wollt und auch noch mehr über die Serviceleistungen erfahren wollt, die beim ProService inkludiert sind, dann geht am besten auf unsere Website. Ich setze euch den Link einmal unten in die Videobeschreibung. Und für euch geht es jetzt zurück zum Branchenzentrum für Ausbau und Fassade. So, willkommen in Hutesheim, dem Hauptstandort des Branchenzentrums für Ausbau und Fassade und ich habe euch jede Menge neue Messtechnik mitgebracht. Wow, hier habe ich unsere Neuheit, die neuen Inspektionskameras. Hier Thermotechnik, da gehe ich ein bisschen auf die Unterschiede ein und mit der GIS 1000C fange ich an. Der GIS 1000C, unser Thermodetektor. Hier wird zwischen diesen beiden Laserpunkten gemessen und wir sehen jetzt hier gerade zwischen den beiden Laserpunkten 25,9 Grad. Aber die GIS erzählt uns auch noch viel, viel mehr. Hier zum Beispiel 49 Prozent relative Luftfeuchtigkeit, gerade hier in dem Raum, da drunter 27,6 Grad. Das ist die aktuelle Raumtemperatur. Und wenn es hier kälter wäre, als 15,6 Grad hätten wir hier einen Taupunkt. Ihr wisst, C steht bei uns für Connectivity. Ihr könnt die GIS 1000C via Bluetooth mit der Thermal-App verbinden und dort Werte übertragen oder eben halt auch das Ganze via USB. Und hier seht ihr noch eine Stecköffnung. Ihr könnt also hier noch einen Typ-K-Sensor anschließen. Das heißt auch noch mal mit einem speziellen Sensor direkt am Objekt die Temperatur zu überprüfen. Die GIG 12V423C, unsere neue Inspektionskamera mit 4,3 Zoll großem Bildschirm ausgestattet. Ihr seht selber, sehr robustes Gehäuse, also auch gummiert EP5-4, also auch für den harten Baustelleneinsatz geeignet. So, jetzt sehen wir hier die Up-Indication. Hier kann ich also immer sehen, wo oben ist. Ich als Verwender kann mich also jederzeit in meinen Hohlräumen auch zurechtfinden. Und wenn ich mir das Ganze noch mal ein bisschen genauer anschaue, um das Bedienfeld sehr intuitiv zu bedienen. Also ich kann hier zoomen, ich kann hier die Helligkeit verändern. Das ist alles selbsterklärend und natürlich kann ich auch das, was ich hier sehe, abspeichern. Die Bilder kann ich via USB auf meinen Rechner ziehen, dort entsprechend bearbeiten, weiter senden. Die GIG 12V527C ist mit einem 5 Zoll Monitor ausgestattet. Auch hier wieder Gummigehäuse EP5-4. Die Auto-Up-Funktion dreht das Bild immer in die richtige Position, so dass ich mich nicht auf die Orientierung, sondern auf das Ergebnis konzentrieren kann. Auch hier wieder intuitives Bedienfeld und ihr habt die Möglichkeit, neben der USB-Verbindung auch noch Daten auf eine Micro-SD-Karte zu speichern. Beide Kameras sind mit einem 1,5 Meter langen Kabel ausgestattet. Vorne hat die Kamera ein Durchmesser von 8,3 Millimeter. Ihr könnt sie betreiben, entweder über einen Batterieadapter oder mit unseren 12 Volt Professional Akkus. Ich finde beide Kameras ziemlich cool und welche Kamera für euch die bessere ist, das müsst ihr selber entscheiden. Unsere Thermo-Kamera GTC 400C Arbeitsbereich, minus 10 Grad bis plus 400. Mit knapp 20.000 Pixel, ein absoluter Allrounder, ihr findet wirklich alles. Hier habe ich mal einen Fehler in der Dämmung simuliert und ihr könnt jetzt ganz einfach erkennen, guck mal, hier muss ich auf jeden Fall nachbessern. Dieses Foto könnt ihr via USB auf euren Rechner übertragen und mit der GTC-Transfersoftware von Bosch überarbeiten oder via Wi-Fi mit eurem smarten Gerät mit einem Tablet verbinden und dann über die Bosch Thermal-App auswerten, bearbeiten, dem Kunden schicken oder mit Kollegen teilen. So und im Vergleich dazu jetzt mal die GTC 600C. Wieder hier unsere Simulation und ihr könnt erkennen, okay, es ist sogar ein bisschen besser zu sehen. Das liegt daran, die hat eben halt fast 50.000 Pixel. Arbeitsbereich minus 20 Grad bis plus 600 Grad und auch hier die Bearbeitungsmöglichkeiten, genau wie oder der GTC 400C auch. Via USB oder eben halt via Wi-Fi. Mit fast 50.000 Pixel könnt ihr die einzelnen Punkte viel genauer bestimmen und viel genauer bearbeiten. Habt eine bessere Auflösung und das ist schon meiner Meinung nach der Spezialist. Wenn ihr mehr zum Thema Thermographie wissen wollt, dann folgt einfach diesem Link. Dort haben wir ein YouTube-Video für euch hochgeladen, da wird das Ganze ein bisschen ausführlicher erklärt. So, wir haben jetzt einiges an Daten gesammelt und wenn ich diese Daten jetzt digitalisieren möchte, um sie mit meinem Team zu teilen, dann kann ich das über die Office-On-App machen. Mehr dazu von meiner Kollegin Rebecca. Das war's von mir und viel Spaß mit Office-On. Hi zusammen, ich freue mich heute hier zu sein. Ich bin Rebecca und darf euch heute unsere neue Handwerker-Software Office-On von Bosch vorstellen, die euren Arbeitsalltag im Büro und auf der Baustelle vereinfachen und beschleunigen wird. Office-On ist einfach zu bedienen und übersichtlich, kann dennoch so einiges und spart euch jede Menge Zeit bei der Erstellung von angebotenen Rechnungen, der Einsatzplanung als auch bei der Dokumentation und Zeiterfassung. Somit digitalisiert es viele eurer Betriebsabläufe und das in nur einer Software und ganz ohne Installationsaufwand. Sag somit Tschüss zu Papierchaos, verloren gegangenen Zetteln und Zeitverlust, denn Office-On unterstützt euch, dass ihr euch auf das konzentrieren könnt, was wirklich zählt und zwar euer Handwerk. Office-On besteht aus einer Web-App für euer Team im Büro und einer mobilen App für euer Team vor Ort auf der Baustelle. Ihr könnt dabei jederzeit und von überall auf eure Daten und Informationen zugreifen, denn diese werden in Echtzeit synchronisiert. Die Web-App bietet deinem Team im Büro jegliche Funktionalitäten, um Aufträge effizient planen zu können, als auch Angebote und Rechnungen zu erstellen. Ein Angebot in Office-On ist dabei in wenigen Klicks erstellt. Hier könnt ihr ganz einfach auf die Daten des Großhändlers zugreifen, entweder per DataNorm Import oder der integrierten IDS-Schnittstelle und eure Leistungen in das Angebot direkt einbinden. Eigenerstellte Artikel könnt ihr zudem in eurem Katalog abspeichern und direkt im nächsten Angebot wieder abrufen. Ist das Angebot vom Kunden bestätigt worden, könnt ihr in nur wenigen Klicks aus dem Angebot direkt einen Termin erstellen und diesen eurem Team zuweisen. Zudem werden alle Angebotspositionen direkt in den Termin übernommen, so dass jeder vor Ort die volle Übersicht hat. Euer Team erhält auf direkten Wege eine Benachrichtigung auf das Smartphone inklusive Termindetails, Kundeninformationen und kann sich direkt zum Kunden navigieren lassen. Und auf der anderen Seite erhalten die Kunden eine SMS-Terminbestätigung ganz ohne manuellen Aufwand. Vor Ort geht es dann weiter in unserer Office-On-Mobil-App. Hier kann euer Team die zugewiesenen Termine in einer Übersicht einsehen, die erbrachten Leistungen dokumentieren, als auch ihre Arbeitszeiten und Abwesenheiten erfassen. Alles in einer App und ganz ohne Stift und Papier. Sprich, nach getaner Leistung kann die Baustelle inklusive Fotos dokumentiert, ein Arbeitsbericht fertiggestellt und die digitale Signatur des Kunden eingeholt werden. So ist dann auch alles sauber dokumentiert. Und nicht nur das, das Büro erhält ebenso eine Benachrichtigung über die fertige Dokumentation und kann alle Informationen in Form eines digitalen Arbeitsscheins direkt abrufen. Ganz ohne Papier-Chaos. Spart jetzt noch zusätzlich Zeit bei der Erstellung eurer Rechnungen, denn all die erbrachten Leistungen können direkt vom Termin in die Rechnung übernommen werden. So ist eure Rechnung in nur wenigen Klicks und in Windeseile erstellt und an eure Kunden per E-Mail direkt aus Office-On verschickt. Zack und fertig, so einfach könnt ihr eure Arbeitsabläufe mit Office-On beschleunigen, damit mehr Zeit fürs Machen bleibt. Um noch mehr über Office-On zu erfahren, könnt ihr eine kostenlose und unverbindliche Demo bei uns buchen. Interesse geweckt? Dann nutzt doch unseren Willkommensgutschein Willkomm100 und profitiert von einem kostenlosen Premium-Support via Telefon. Die Gutscheinbedingungen als auch der Link zur Webseite findet ihr in unserer Videobeschreibung. Wir freuen uns sehr auf euch. Bis bald, euer Office-On-Team. Zeit für die neuen ProDeals. Bei unserem ersten ProDeal habt ihr die Möglichkeit, euch ein brandneues Baustellenradio zu sichern. Beim Kauf eines 18 Volt Werkzeugs oder Sets bekommt ihr das Baustellenradio GPB18V2C kostenlos dazu. Damit euch im Winter auf der Baustelle nicht kalt wird, könnt ihr beim zweiten ProDeal beim Kauf einer Wärmebildkamera oder eines Thermodetektors einen beheizbaren Hoodie oder eine beheizbare Jacke kostenlos dazu bekommen. Alle Informationen zu unseren ProDeals findet ihr auf unserer Website und den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Jetzt möchte ich euch auf das Zubehör Winter Special aufmerksam machen. Von September bis Dezember bieten wir euch exklusive Zubehör Winter Sets an, zum Schrauben und Bohren inklusive stylischer Bosch Strickmütze. Das Set besteht neben der Mütze aus einem 43-teiligen Set aus Schrauberbits und Steckschlüssel für Bohrmaschinen und Schrauber. Damit kommt ihr mit starker Leistung und im Bosch-Stil durch die Wintermonate. Und kleiner Tipp, das Set eignet sich perfekt als Geschenk. Und das könnt ihr alles in Ruhe nochmal nachlesen in der neuesten Ausgabe der Bosch Pro News. Das PDF verlinken wir euch wieder in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da und jetzt viel Spaß mit den Outtakes und bis zum nächsten Mal. Ach ja, übrigens. Denn Office On unterstützt dich, dass du dich auf das... Das war hart. Und wir haben gelernt, dass ihr euch auch gerne wünscht, dass die Videos ruhig auch ein bisschen länger dauern werden. Dauern werden, ja. Ich glaube, den Letzten muss ich nochmal machen, aber... ...repeat. Neben der USB-Verbindung Daten auch auf eine Micro-USD-Karte zu speichern. Was denn? Scheiße, Micro-USB-Karte. Ah, Sallo hat ein neues Wort erfunden. Mir Emotionen rein oder war das okay oder bin ich jetzt zu... Mein Name ist Rain Schlegel, Michigan Lebens- und Rundfersicherung. Kann ich jetzt runterkommen? 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 Kann ich jetzt runterkommen?